Witz und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von der Design Akademie Berlin, der SRH Hochschule für Kommunikation und Design. Wir schauen mal hier auf die Webseite designakademieberlin.de. Könnt ihr euch mal anschauen, was es dort gibt. Marketing, Kommunikation, Kommunikationsdesign, Webdevelopment, Illustration, Fotografie, Film und Motion Design in den Bacheloren und Masterstudiengänge haben sie auch. Marketing, Kommunikation, Strategik, Design. Und die Hochschule bietet ausschließlich programmakkreditierte Studiengänge an. Was sind programmakkreditierte Studiengänge? Gut, dass du fragst. Das war nicht abgesprochen, aber es funktioniert super. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß. Das bedeutet, dass ihr für sämtliche Kurse und Module bei der Hochschule bei Bestehen die entsprechenden Leistungsscheine bekommt und auf diesen Scheinen sind ECTS-Punkte drauf. Das heißt, ihr bekommt diese European Credit Transfer System Punkte, die auch alle anderen regulären Hochschulen in Deutschland und Europa akzeptieren. Das ist nicht bei allen anderen privaten Hochschulen so, sondern das ist hier was Besonderes. Das heißt, wenn ihr mit eurem Bachelor dann da rausgeht nach drei oder dreieinhalb Jahren, habt ihr euren ersten richtigen akademischen Grad und dieser wird auch an allen anderen Hochschulen in Deutschland und Europa akzeptiert und ihr könnt sofort ein Master anschließen. Das muss auch nicht in dem Themenfeld sein. Das geht auch in anderen Themenfeldern dann. Und zum Beispiel Web Development bei der Design Akademie Berlin ist der einzige programmakkreditierte Studiengang im Bereich der Webentwicklung in Deutschland. Ihr könnt euch im September auf die letzten freien Plätze in Berlin bewerben. Ihr könnt da einfach vorbeikommen. Ihr schaut auf der Webseite nach dem Termin genau und schaut euch die Uni am Moritzplatz in Berlin an und ihr könnt auch sowieso euch bei denen mal melden, wenn ihr euch dafür interessiert, was es dort alles gibt. Ihr könnt einfach mal hier reinschauen zu dem Bachelor of Arts Webentwickler und was es dort gibt. Und Wintersemesterstart ist eben am 1. Oktober jetzt. Könnt ihr euch einfach mal anschauen. Design Akademie Berlin ist der Prof, nicht der Student, ist der Prof. Und wenn ihr euch dafür interessiert, gerne mal dort reinschauen. Herzlichen Dank an die Design Akademie Berlin.